so liebe leute wir machen heute mal was anderes ein kleines projekt und zwar beschäftigen uns mit der wenn funktionen excel ich möchte aber da nicht so was langweiliges machen ich möchte so was richtig schönes machen und zwar wie man hier so einen bestellschein ich habe ja mal den unternehmer hello fresh raus gesucht schönes bild eingefügt bild könnt ihr einfach mit der zwischenablage mit einfügen hier praktisch rein machen und ich habe hier was schönes genommen so richtig frucht tomaten ein kilo eine gurke eisbergsalat eine herzbeere hier wird der gesamtpreis angezeigt und immer wenn ich oberhalb von drei euro liegt kriege ich noch zehn prozent rabatt ja die wandern automatisch hier da habe ich hier gesagt so eine bonuskarte habe ich dann ist billiger unten kann man noch ankreuzen ob ja man zufrieden war oder nicht mit der art der bestellung ich kann mal hier was eingeben dass wir mal unter drei euro liegen nehmen wir das mal weg jetzt kriege ich keinen rabatt mehr hier denn jetzt liege ich unter drei euro und an so einer stelle brauche ich die sogenannte wenn funktion ich zeige jetzt erstmal so nackert wie man event funktion einbaut und dann schauen wir uns dieses anwendungsbeispiel hier an so ich habe hier irgendwie so eine gesamtnote das kennt am ende des schuljahres die ist hier eingetragen sobald ich praktisch unter 4,51 lege ja habe ich praktisch bestanden im anderen fall bin ich bei diesem deutschtest durchgefallen so das machen wir so in das fällt wo ich hier die wenn funktion eintrag soll durchgefallen stehen wenn hier die note zu schlecht ist oder bestanden stehen in unserem fall hier hätten wir es ja bestanden die zelle c 8 entscheide praktisch was hier drin steht so dann mache ich jetzt folgendes erst mal gibt man an wenn und jetzt zeigt euch schon die hilfe hier an die wenn funktion hat immer drei argumente ich tue das nochmals schnell zurück als erstes kommt ein wahrheitstest ein wahrheitstest ist immer ein vergleich das heißt ich vergleiche die zelle c2 ob die größer oder kleiner zum beispiel 4,5 ist was ist unser wahrheitstest hier wir müssen checken ist er durchgefallen oder nicht dann beziehe ich mich auf die zelle c8 wenn in der zelle c8 also was drin steht das ja kleiner ist als kleiner oder gleich 4,5 0 10 auch noch als bestanden dann kommt das nächste argument dann kommt der wert wenn wahr so kürzt man es ab ja in unserem fall wäre der wert wahr dann würde jetzt in die zelle das was da steht ihr müsst nur anführungszeichen machen weil wir schreiben hier einen text rein das eingetragen und das wäre jetzt b dann denn denn wenn wir mal gucken was steht denn in der zelle c8 da steht jetzt 4,49 und das ist gerade drunter unter den 4,5 jetzt kommt aber der wenn wert wenn es falsch ist im anderen falle wäre hier eine 4,51 drin dann ist er durchgefallen also die wenn funktion ist wie so ein schalter wenn das da richtig ist das was zu prüfen ist in unserem fall wäre das jetzt wird das in diese wenn zelle reingeschrieben im anderen fall das schauen wir mal hoffen die stimmt ja gott sei dank bestanden dann gebe ich aber hier jetzt 4,52 ein dann ist er durchgefallen das ist jetzt etwas ja ein feld das praktisch diese zelle hier wird da kontrolliert je nachdem was ich hier eingebe ja kommt hier dieses ergebnis aus natürlich bin ich aber auch bei einer 1,0 habe ich auch bestanden seit die frage wie man den test bestanden hat so jetzt kommen wir mal zurück wie kann man dieses hello fresh machen ja das ganze styling hier habe ich eine schicke schrift verwendet ja wie man den gesamten hintergrund grün macht ist man klickt hier drauf macht jetzt hier bei start einfügen die ganze hintergrund farbe dann einfach mal was sage ich jetzt hier rüber mit rechts klick macht man jetzt die ganze hintergrund farbe so wie man sie möchte man kann sie auch hier orange gestalten ich habe mich halt für das helle grün entschieden ja jetzt mache ich es lieber zurück jetzt habe ich nicht die textfarbe geändert ich müsste hier den hintergrund ändern natürlich ja das da die füllfarbe die kann ich jetzt auch auf orange machen ja dann sehe ich es so aus mir machen sie aber jetzt mal auf dieses grün hier ja das ist styling wie macht man aber diese verdammten dinger und ob man zufrieden war das sind kontrollfelder und die kann man jetzt so genannte steuerelemente nur einbauen über die entwickler tut euch kann es jetzt zu hause sein dass die ausgeschaltet sind dann müsst ihr folgendes machen geht auf datei optionen so und jetzt hier auf menüband anpassen da könnt ihr jetzt alles ausschalten hier oben was ihr nicht wollt und alles hinzunehmen was ihr wollt und wenn jetzt eure entwickler tools meistens sind die ausgeschaltet dann ist hier das kästchen leer also ihr müsst dieses kästchen hier aktivieren und wenn er jetzt bestätigt sollten diese registerkarte hier entwickler tools vorhanden sein gut wenn das jetzt vorhanden ist dann schauen wir jetzt mal an wie können wir sowas machen ich mache jetzt mal zwei artikel als erstes mache ich mal die zitronen sowas ja machen wir das feld hier oben vielleicht ein bisschen kleiner das ist aber nur so ein bisschen formkorrektur da soll jetzt der preis für die zitronen eingetragen werden bei d und hier ist ein kontrollkästchen drin jetzt müssen wir über entwickler tools nur die aktentasche aufrufen jetzt wichtig die oberen elemente nicht die unteren ja ich will hier sowas so eine checkbox ja immer die auf kurz nennen draufklicken die checkbox groß genug machen und jetzt stört oft der text da dann macht es mal ein bisschen größer da steht jetzt kontrollkästchen 4 und dann löschen wir diesen blöden text ich will nur ein nackertes leeres kontrollkästchen da stehen haben das können wir auch noch hier ändern von der größe kann man so der zelle anpassen und dann hier oben nochmal das anpassen das sind Feinheitskorrekturen so und jetzt wäre schön wenn ich ankreuze dass hier der preis drinsteht wenn ich nichts ankreuze dann soll aber hier 0 euro drinstehen so was ich da mache ist ich muss einen zellbezug diese zelle hat den wert war wenn sie angekreuzt ist und falsch wenn sie nicht angekreuzt ist problem ist aber der wert sollte in eine zelle reingehen dann klicken wir mit rechts auf die zelle formatieren das steuerelement und jetzt habt ihr hier verschiedene registerkarten ihr braucht eigentlich bloß eine nämlich die steuerung hier könnt ihr einen zellbezug herstellen und ich will jetzt dass der wert dieses wahr oder falsch im e12 erscheint so dann klicken wir mal da drauf jetzt seht ihr jetzt kann ich wirklich dieses steuerelement kontrollieren ich weiß wenn ich was ankreuze hat es den wahrheitswert den logischen wert war wenn es leer ist dann hat es den wert falsch so und jetzt schreibe ich hier den preis rein wenn es diese zelle wahr ist wenn nichts angeklickt ist wenn sie falsch ist soll hier eine 0 drinstehen das haben wir gerade gemacht das mal in der wenn-funktion so und jetzt brauche ich gar keinen vergleich das ist schon ein logischer wert ja und zwar wenn in e12 wenn es wahr ist tritt e12 ein ja ich brauche jetzt bloß hier eigentlich reinschreiben wenn e12 ist es nämlich wahr ist es angekreuzt dann steht hier ja das war schon drin hier brauche ich jetzt also gar keinen vergleich wenn dieses ding hier den wahrheitswert wahr hat wird der wenn wahr wert ausgefüllt ja was soll denn da drin stehen der normale preis für die zitronen da machen wir so ein netz 1,20 und jetzt kommt der wenn falsch wert das ist die 0 dann steht nichts drin wir sehen jetzt steht die 0 drin und jetzt steht der preis drin wenn euch hier noch stört das format können wir die zelle noch formatieren und die währung hier eintragen das ist nämlich schöner wenn es in euro drin steht jetzt stört mich nur was das soll der user gar nicht sehen hier gibt es so einen trick wie ich das verstecken kann ich klicke mit rechts drauf und wähle jetzt als schriftfarbe weiß die hintergrundfarbe praktisch jetzt steht hier schon ob das war oder das falsch drin aber der user sieht es nicht mehr so jetzt machen wir noch irgendeinen zweiten artikel was nehmen wir noch dazu irgend so ein grillgemüse so eine packung gemüse so und jetzt nicht das kontrollkästchen nochmal neu eingeben sondern mit rechts drauf klicken copy die zelle anklicken und einfügen dann haben wir das nicht gleich in der richtigen höhe an der richtigen stelle so jetzt machen wir wieder eins jetzt kommt wieder hier das wert eintragen also steuerelement formatieren achten dass man auf der registerkarte steuerung drin ist jetzt steht es in e 14 drin hier steht es war oder falsch machen wir das hier genau e 14 so jetzt müsste es in e 14 erscheinen also erst wenn ich es aktiviere jetzt war oder falsch dann machen wir doch dann wieder die hintergrundfarbe weiß da brauche ich jetzt bloß darauf klicken und tragen die wenn funktion nochmal ein mehr artikel sind dann keine schwierigkeit wenn diese zelle da erfüllt ist wenn da ein bar drin steht also wenn das angekreuzt ist trage ich den preis mischt gemüse ist ein bisschen teurer ansonsten die null und fertig ist das ganze kann ich gemüse zitronen bestellen beides oder nur eins von beiden jetzt fehlen noch die gesamtrechnungen was steht denn da drin ja das haben wir schon so oft gehabt die summe summenfunktion von dem ganzen her so jetzt beides ankreuzen haben wir 460 bonuskarte bonuskarte das ist jetzt so eine treue sache für kunden da brauchen wir wieder eine wenn funktion nämlich ich mache es so wenn der preis über 3 euro liegt über 2 euro also wenn dieser preis größer ist als 2 euro dann gewähre ich ein rabatt und zwar von 10 prozent ein bisschen blöd da muss ich vom aktuellen preis rechnen minus 10 prozent von also mal dem aktuellen preis ihr könnt ja auch machen 90 prozent mal das da gibt das gleiche und hinten wird ja wenn man keinen rabatt gewähren wenn es falsch ist die 460 also einfach nur das was vorher schon drin war eingetragen jetzt sehen wir ah jetzt kriege ich einen rabatt vielleicht schalten wir das bloß wieder um formatieren in währung dass da auch die währung drin steht und dann haben wir jetzt alles ja gehen wir mal unter 2 euro jetzt kriege ich keinen rabatt so jetzt wäre noch dieses zufrieden wie macht man das jetzt da braucht man jetzt keine check also keine solche box hier ja so eine checkbox da brauchen wir einen radio button der unterschied ist der bei radio buttons kann man nur einen von beiden anklicken hier kann man beide anklicken so also machen wir wieder die achten mappe holen uns den radio button ich passe den immer ganz gerne an die zelle an eigentlich heißt sie optionsfeld das wollen wir aber nicht dass dieses optionsfeld der text erscheint was sollen für uns entscheiden das ja soll da stehen oder das falsch ja genau passen wir das mal an und das kopiere ich gleich mache hier einfügen so und dann brauche ich bloß hier den text zu ändern in nein ich war nicht zufrieden normal macht man da jetzt noch ein drittes Feld ja sehr zufrieden ach ihr kennt diesen witz ja jetzt kann ich das anklicken wenn ich nein aber anklick wird der andere sofort deaktiviert tja und jetzt bin ich eigentlich fertig das andere ist bloß so ein Design so Designgeschichte probiert doch mal aus das ganze ja ihr habt jetzt seit etwas länger Zeit das zu bearbeiten versucht es mal ich glaube das ist auch ein nettes projekt ihr könnt auch für irgendwas anderes einen Bestellschein machen ja für eine Drogerie oder für eine Tiernahrungshandlung oder irgendwie sowas das war es dann bis zum nächsten Mal tschüss